DGZ berichtet von der Bürgermeisterwahl in Sesen. Dort treten zwei Kandidaten an und ich habe als erstes hier den Amtsinhaber und sozusagen Titelverteidiger, der sich jetzt ganz kurz vorstellt. Ja, mein Name ist Erik Hohmann. Ich bin seit 2011 Bürgermeister in der Stadt Sesen und habe mir in den vergangenen Jahren natürlich viel Erfahrung erworben, was wichtig für unsere Stadt ist und habe viele Projekte angestoßen und die würde ich gerne in den kommenden Jahren weiter vorantreiben und hoffentlich auch zu einem erfolgreichen Ende bringen. Ich bin geboren in Nairobi, Kenia. Das sorgt immer für Erheiterung. Das liegt daran, dass mein Vater Entwicklungshilfe betrieben hat in Kenia, Somalia und Malawi und ich bin dann mit drei Jahren nach Deutschland zurückgekommen mit meinen Eltern, weil meine Eltern dann wollten, dass die Kinder in Deutschland zur Schule gehen und bin dann aufgewachsen in Oldenburg, habe ein Jahr in den USA verbracht. Das war ein sehr wichtiges Jahr für mich, hat mich bis heute geprägt und bin dann zur Bundeswehr gegangen, war bei der Marine, habe dann Jura studiert und habe auch das zweite juristische Staatsexamen absolviert, erfolgreich absolviert, habe als Rechtsanwalt gearbeitet, war als wissenschaftlicher Mitarbeiter an einem energierechtlichen Lehrstuhl der TU Clausdal, war dann erster Stadtrat der Stadt Sesen und habe insofern insgesamt circa elf Jahre Verwaltungserfahrung und gleichzeitig aber den Willen und den Elan als 42-jähriger junger Familienvater unsere Stadt nach vorne zu bringen und die Projekte, wie gesagt, die ich angestoßen habe, auch zu Ende zu bringen. Bei der CDU bin ich Mitglied. Wir haben uns ausgedacht, dass wir den Kandidaten, dem Kandidaten und gleich der Kandidatin fünf Satzanfänge geben, die einfach zu vollenden sind, ganz kurz, spontan, was ihnen einfällt. Der erste Satz Sesen ist für mich eine wunderbare mittelgroße Stadt, in der es sich zu leben lohnt, die liebenswert ist, die lebenswert ist, in der es vor allen Dingen auch noch kostengünstig ist, zu leben. Man kann hier in Sesen ein Einfamilienhaus mit Garten haben, wo man in Großstädten eine Zwei-Zimmer-Wohnung vielleicht nur haben kann. Es gibt viel Freizeitmöglichkeiten, es gibt Einkaufsmöglichkeiten für den alltäglichen Bedarf, es gibt ein tolles Kulturangebot. Also Sesen ist für mich wirklich die perfekte Stadt zum Leben, gerade als Familienvater. Meine beste Eigenschaft ist? Dass ich gelassen bin, dass ich ruhig bin, humorvoll bin, das wird mir jedenfalls nachgesagt und dass ich mich, glaube ich, selbst nicht so ernst nehme. Gar nicht gut kann ich? Gar nicht gut kann ich, das ist jetzt schwierig, das kann ich gar nicht gut. Also ich bin sehr sensibel für die Schwingungen und die Stimmung anderer Menschen und das führt bei mir manchmal dazu, dass ich relativ gestresst bin in Situationen, in denen diese ganzen Schwingungen aufzunehmen sind und ja, das ist etwas, was mich manchmal belastet, aber es ist gleichzeitig natürlich auch ein Vorteil. Mein liebster Seesener Stadtteil ist? Alle Seesener Stadtteile sind wunderschön. Ich selbst lebe in der Kernstadt. Das hat den Vorteil, dass unsere Kinder sehr viel mit dem Fahrrad erledigen können und das ist gerade für Eltern von vier Kindern, wir sind beide berufstätig, natürlich sehr, sehr wichtig. Aber Seesen ist insgesamt eben wunderschön und relativ kompakt. Die Stadtteile sind ja nicht so weit auseinander und insofern jeder Stadtteil ist schön. Frau Melone wünsche ich für den Wahlsonntag? Alles Gute, ich wünsche Frau Melone insgesamt alles Gute. Ich bin niemand, der behauptet, dass andere Kandidaten irgendwie schlecht sind oder Dinge schlecht machen. Ich wünsche ihr alles Gute für die Zukunft. Ich stelle mich zur Wahl und ich stelle meine Standpunkte zur Wahl, aber ich wünsche auch ihr alles Gute. So, dann heißt es jetzt nur noch am 26. Mai wählen gehen. Europa und Seesen, die Reihenfolge ist eigentlich beliebig. Danke. 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 Danke.